Auch wenn es wichtig ist, weiter meine magischen Fähigkeiten zu steigern. Nur Vögel sind schneller. Einfach aus dem Grund, damit meine Mana-Regeneration steigt. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts! So, das ist nun mal eine riesige Zombie-Höhle. Ja! Nur Vögel sind schneller. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts! Ja! Nur Vögel sind schneller. Nur Vögel sind schneller. Jawohl! So, meine Paradine sind bald tot. Kann man allerdings nicht viel machen. Aber ich kann nicht noch nicht fallen. Wohin gehen? Ups, nicht entlassen. Ich wollte sie zusammenziehen. Egal. Seid bloß ruhig. Wen töten? Nun, wir wissen nicht. Nun, wir wissen nicht. Gut, gut. Gut. So, gehen wir, mein Teurer. Ja! Jetzt haben wir eigentlich alle Aufträge erfüllt. Vorwärts! Ach, da unten kommt schon wieder eine riesige Armieren und Toten. Und wir haben einen Trupp. Fernkämpfer weniger. Vorwärts! Und fast keine Paladine und Ritter mehr. Nur Vögel sind schneller. So, jetzt biegen wir aber erst einmal in die Richtung ab. Ach, du meine Güte. Da ist ja nochmal eine riesige Untote Armee. Nur Vögel sind schneller. Vorwärts! Oh! Goring ist jetzt auf Max-Level, so wie es aussieht. Nein, noch nicht. Den fehlt immer noch Nahrung. Vorwärts! 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 So, hier gibt es noch kleine Skilette. Die sind eher harmlos. Vorwärts! Also selbst in der Masse, die sie uns da jetzt entgegenwerfen, sind die eher harmlos. Vorwärts! Vorwärts! Gehen wir, mein Teurer! Jawohl! Wir gehen! Gut! Gehen wir, mein Teurer! Ich muss halt irgendwie gucken, dass ich die ganzen... Ja... Hm, fällt gerade der Name nicht so will ich an. Die ganzen Städte... Gehen wir, mein Teurer! ...wollte ich sagen, auf Max-Level Kriege. Weil dann haben die Goblins selber auch genug Truppen, um uns zu unterstützen. Und wir können die besseren Truppen einneuern. Wenn wir mal was verlieren sollten. Wollte aber gucken, da drüben ist eine Mühle. Und ja, das ist das Tal des Todes. Was das eigentliche Problem ist. Ja! Gehen wir, mein Teurer! Angriff! So, erstmal muss den Schreckensmagier weg. Jawohl! Seid bloß ruhig! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Jawohl! Vorwärts! Seid bloß ruhig! Vorwärts! 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 Der eine Koppel in Pfadfinder ist halt umzingelt, deswegen kommt er nicht weg. Und ja, es sind ja mittlerweile Spione. Gehen wir, mein Teurer! So. Immer noch nicht genug Erfahrungsbote. Ja! Nur Vögel sind schneller. Ja! So, und zurück. Hauptvorwärts! Gehen wir, mein Teurer! Also eigentlich alle Koppelins haben Max-Level erreicht. Ja! Ja! Und ja, ganz ehrlich, den einen einzelnen Paladin entlasse ich jetzt mal und hole mir in der Stadt dann einen Bomber, auf das der uns besser hilft gegen die untoten Truppen. Oh, ein Kettenp... Achso, dieser Kettenpanzer, den habe ich da jetzt liegen lassen. Gehen wir, mein Teurer! So. Nahrung, dadurch wird die Stadt besser und ich kann eine Bomber anheuern. Gut. 700 Steine kann ich hier verkaufen. Gut. Eure Befehle? Euer Wunsch ist mein Befehl! Nur Vögel sind schneller! Gut, jetzt muss ich irgendwie an das Zeug wieder rankommen, was die Goblins da gerade aufgesammelt haben, aber die werden ja jetzt eh getötet. Gehen wir, mein Teurer! Ja! Gehen wir, mein Teurer! Zum Angriff! Seid bloß ruhig! Angriff! Seid bloß ruhig! Angriff! Jawohl! Jawohl! Gehen wir, mein Teurer! Eigentlich würde ich jetzt gerne eher auf einen... riecht hier irgendwas verbrannt... ...Riecht hier irgendwas verbrannt? ...Vorwärts! ...Bevölkungs-Limit sparen. Damit ich noch einen Trupp Pfadfinder auch anheuern kann. Gehen wir, mein Teurer! Wir haben den Friedhof bereinigt. Die lebenden Toten werden euch nicht länger belästigen. Wehst du es nicht auf diesem Friedhof. Das ist es ja gerade. Der Friedhof ist unser geringstes Problem. Die Untoten riechen direkt aus der Erde. Sehr makaber. Aber eure Kräfte sind wahr auf große und ihr könnt uns helfen, dieses Unglück zu überwinden. Und das Böse... Ich verstehe. Der Friedhof war angesichts des Warn übrigens nur eine Probe meiner Kraft. In Ordnung. Dann sagt mir, was ihr von mir erwartet. Hm. Also ja, das lässt es gleich nicht lesen. Welch ein kluger Mensch. Ihr habt recht. Ihr müsst noch viel tun, um unser Vertrauen zu verdienen. Hört zu. Die Hauptfälle der Untoten ist der Riss. Solange dieser Durchgang in die Eingeweite der Erde existiert, werden wir ja nicht her. Aber das wird Wochen unablässige Arbeit erforderlich machen. Ich habe nicht zu viel Zeit. Ja, Goblins. Kaboom. Keine Sorge, wir haben Möglichkeiten, den Fels in die Luft zu sprengen. Leider benötigen wir dafür viele Materialien. Wir schützen unsere Stadt und unsere Karawanen, während wir ungestört arbeiten. Dann wird die Bombe schnell bereit sein. Nun, das können wir tun. Das Patrouillieren im Gelände liegt uns mehr als das Steine schleppen. Hm. So, ihr seid... Also ja, den Rächer, den können wir auch noch kaufen. Ja. Ja, das erste Pulverfassern, das an den richtigen Ort bringen. Aber erstmal sollten wir dafür... Ja, sprengt den Riss. Hilft Rilvid bei der Entwicklung. Wir sind in Rilvid, oder? Ja. Steine können wir euch geben. Ach, geben wir euch alle Steine. Kaufen wir den Rächer. Euer Wunsch ist mein Befehl. Mit Schwert und Ross. Ein euch mal hoch, auch wenn es nicht mehr viel bringt. Gucken wir mal unsere Einheiten durch. Das ist ein... Ja, irgendwie aus dem Bomber. Und ja, die Rüstung ist futsch. Ja. So wie es aussieht. Ne, die liegt doch immer da rum. Vorwärts. Nur kein Aufsehen erregen. Und ja, da kommen wieder Horden an... Ja, Horden an Horden. Gehen wir, mein Teurer. Vorwärts. Vorwärts. Gehen wir, mein Teurer. Töten. Angriff. Tja, das war... Verwundet und getötet. Wir werden uns schnell von Ihnen verabschieden. Das war unsere Kavallerie. So, unser Bomber hat die nächste Stufe erreicht. Ihr braucht immer noch mehr Holz. Ihr kriegt doch Holz direkt von eurem... Eine Karawane mit Holz ist aus Hasma hier eingetroffen. Ah ja. Wir finden es heraus. Vorwärts. Vorwärts. So, jetzt machen wir uns erstmal die Rüstung. Wir finden es heraus. Euer Wunsch ist mein Befehl. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Vorwärts. Und ja, die bringen Holz in ihre... Stadt. Und ja, die hoffend. Ich glaube, ihr habt niiput. Und das warfähig. Und das war das ja эпema. Und dann warten wir jetzt.